Mal gucken, was ich so rauskriege, ne? Ey, lol, das hab ich noch nicht mal in Nahkampf! Ist ja lol, was ist das hier episch? Spectre? Servus Youtube, Iron is back und ich darf ganz schön begrüßen bei Call of Duty Black Ops 3 Ja, ich hab mal so überlegt, lass mal ein bisschen online zocken, gucken, was da abgeht, weil ich hab ansonsten nur Black Ops 2 gespielt und dann hab ich überlegt, komm, lass mal eine Runde oder paar Runden mal die Black Ops 3 zocken, ne? Warum nicht? Ähm, ach so, wenn wir jetzt mal Standard, ne? Team Deathmatch, um was aber abgeht Äh, und ich komm natürlich, äh, mittel in der Runde rein Ja, combine, combine, meine Leute, combine Ich meine ja, äh, da ist, äh, ja, ein bisschen Schwitzer ist Schwitzerei hier Bei Call of Duty Black Ops 3 Die Namen sehen immer lustig aus, ne? Zumach finde ich halt so King Shot 7 oder so oder利aktiv Keine Ahnung, wir nehmen mal... làm wir mal die Cuda Kuda, Kuda Da krabbelt eine Alles klar, ich gehe gleich verkaufen Oh, nein, 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 nein Oh, ja, was ist hier los, Jungs Oh, wenden, der krabbelt noch immer Wie ich das geahnt habe, was er so noch immer krabbelt Wie ich das geahnt habe Ich muss noch unten, ich muss noch unten Ähm, hier, ne Den habe ich Ich muss sagen, ich bin nicht der Beste bei Call of Duty Ich habe nicht so eine 100 der Pretty Aim Nur manchmal, also ist immer so selten Oh, guck auf an, ne Den habe ich Den habe ich auch Komm, zeig dich Da hin Oh, Leute Voll ungewohnt Da steht einer, alles klar Der Stadt mit Katze hätte er mir Hä? Achso Ja, den habe ich nicht gesehen Ich hätte sowieso keine Muni gehabt Alter, das ist scheiße Ja, mit mir nicht, Jungs Mit mir nicht Alter, das ist wie der Spawnwechsel oder was Ich gehe mal hier hin Hä? Alter, die Die Spawns, ne Ich weiß nicht, wo die spawnen, Jungs Die spawnen sie auf jeden Fall hinten Ey, geh, geh verkaufen Geh verkaufen Du gehst auch verkaufen Nein, ich muss hier rein Kommt hier, ne Scheiße, scheiße, scheiße Den habe ich, Jungs Oh, da kommt jetzt einer Kommt jetzt einer Kommt jetzt einer Kommt jetzt einer Ja, komm Ich weiß, dass du da bist Oder doch nicht Oh, geh verkaufen Geh verkaufen Da unten war auch einer Hä, wo ist der? Alter, was ich hier reiße, ne Das ist ja Wahnsinn Ich mache mal Utazia-Spot Nein Nein Dafür kriegst du was auf den Nacken, Alter Oh, ja, ja, ja Ey, was Was ist das denn, ey Ja, 14,4 Kann man sich gönnen 3,5 Ja, von Anfang ist es nicht schlecht, ne Da hat er meine Vorrechte geklaut Ich weiß nicht, was er da gehabt hat Ich weiß es jetzt nicht Keine Ahnung Kann ich mal eine Aufnahme nachgucken Auf jeden Fall Hat er einfach geklaut Junge Was soll das? Er lacht nicht so doof Die schlechtesten Aller Zeiten in dem Team Aller Zeiten Da ist einer, da ist einer da oben Ah Und, äh, Jungs Ich hab, äh, kein Scaf-Controller, ne Meint, ihr spielen nur mit Scaf-Controllers Und sie spielen doch trotzdem schlechter als ich, Alter Ah, geh rein Na gut, hier ist keiner Da ist einer, da ist einer Mann, warum kommt er hin? Mann, ey Oh, ja Hä Aha, aha Du bist rasiert Ja, brauchst du mir ein Dördeln geben, ne Ja, du mit deinen Hampelrei, Alter Du Hopse, hopse, hopse Hopse, ja, hopse Oppen cum Oh man, jetzt hab ich nur die schlechtesten Team, oder wat? Die allerschlechtesten Team Was sollen wir nuhm, eh nuhm, eh n ¿Es sollen wir nuhm, eh n Die bis morgen wieder da hin Datededededededededededededededededededodowa mich dann hin und ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen nein alle verkaufen die so da ist einer verkaufen da wollte er wieder zucker da wollte er wieder zucker aber nicht von mir von mir gibt es keinen zucker alles klar alles klar ja der wieder ein bot andere kostenlos verkaufen kampffokus an nein da habe ich so viel ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung da sind sie genau haha geh verkaufen ja toll alle er schluck wie seine mutter das schluck wieder so gerne geh verkaufen ich glaube die kann kommen hier irgendwo her verkaufen die kommt von da die kommt von da einer kommt von links von da oder von hier ich weiß nicht wo ich lang gehen sollte ja man schluck schluck gerne nicht zuerst klar wo wok 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 schluck kauf verkauf verkauf deine place 4 hätte ich hätte ich den jetzt gerät hätte auch verkaufen können damit seine sense mit seinem missgeburt sense kampf focus an vielleicht hier packen gut ein kill links ein kill das eine jetzt eine da drin ist eine verkaufen so warte mal hier rein ich wusste es wie ich das gewusst habe wenn der bank geht jetzt weiß man kann hat umsonst ja deine modde wieder ich spawn wechsel nur weil geh verkaufen wie kann der ist rausgeflogen missgeburt gut wir verlieren oder wir verlieren jungs den will ich sehen ja alles klar als set ich glaube die kommen von hier oder die kommen von da das ist ja wieder spawn wechsel geh verkaufen geh einfach verkaufen geh verkaufen geh verkaufen deine mutter hat sich wieder verkauft jungs ok da ist einer ich geh mal hier du bist so schlecht du bist so schlecht du bist so schlecht als deine mutter da kann meine oma besser spielen da hat er eine hunde der bricht sie jungen schmeiß meine kanalte da hin sie kommt von da ich weiß dass sie von da kommen ja als ja mich gerettet alter thank you einen hab ich oh was ah fuck längst ne drohne jungs die stecke ich mir gerne so in dem arsch was von da kommt ja ein punkt hätte uns gefüllt aber 20 zu 19 ja wenigstens ne 1er quote jungs also wir äh waren heute wieder mal erfolgreich ja den würde ich gerne sehen der mich weggesnipert hat alles gleich er hat nen sniper gehabt ne aber er hätte 2 3 hintereinander machen können alter yolo yolo der sniper hat aber nutzt ihn nicht ne also jenny der sniper ne also von eurer stelle ne wenn ihr snipert dann snipert auch ne meines läuft das schon wieder ähm dein hat reaper kampffokus kampffokus schwach ja gut da sind sondergaufs rausgeflogen fillcraft äh user bla 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 sturm senden ja also wir werden voll verlieren hoffe ich nicht oder einer hitzewelle das war auch bisschen schlecht alter schlecht er geht nicht auf kd er geht nicht auf kd so so alles klar alles klar alles klar alles klar meine teammates sind sowas und schlecht ne guck mal da unten alter hier hier äh 1 zu 2 0 zu 5 0 zu 5 dieser füllkraft da soll wieder da soll wieder bei mein koch kraften und nicht hier bei bo2 kraften alter was soll das so wie es aussieht müssen wir zwei runden noch machen bis bis wir die 45 dass wir dieses tagesgutgeld irgendwie lassen ey keine chance alter wir kommen schon bin ich drin schon bin ich drin und dann werde ich wieder rasiert alter ich gehe mit da na ha 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 ey mann deine mutter hat wieder mit dem knie gefickt da ist einer na komm meine ey wo wissen sie das dass ich mich da hingelegt habe wie ein kleines arschloch alter nimm mir jetzt A ein äh C ein es kann doch nicht sein dass wir hier die ganze Zeit immer warum ey was was sind die für was sind die für schwitzer sind bestimmt fette leute dass ihr modell wieder ins gehirn gefickt hat ha ich hab noch einen genommen außer ja da wollte ich auch grad hin ey ihr kriegt gar nichts gebacken ich krieg gar nichts gebacken ich krieg gar nichts gebacken Alter gar nichts warum hab ich jetzt nur 50 Punkte bekommen eigentlich hätte ich 200 Punkte bekommen müssen ja mann er schluckt wieder sein Leben mit seinem scheiß Tamal Visier ey leute die anderen die die Tamal spielen ne die haben nix drauf meine Meinung nach guck mal die anderen gehen raus die haben nichts was sie verkaufen können oder was wenn man schon reingeht oder rein jointen dann muss man auch durchhalten na gut wenn du den scheiß Fick hast ne na gut ich bleib das drinnen nur wegen die Punkte ich hatte ich raste aus ich raste aus ich raste aus die scheiß Pamkan-Spieler und ich hab encant geoffen lelelelelelelelelelelel lelelelelelelelelelelelelelelelelel Nur Sense. Nur Sense. Deine Mutter. Ich weiß, dass da eine lang geht. Ja, schluck wieder. Alle, wie die es wissen, ne? Ey, ne. Ich geh. Komm mal da. Mit Tamal. Nur mit Tamal, Alter. Jetzt ist es auf einmal nicht da, oh, laut, ne? Ja, hm. Lecker, hm. Macht Spaß. Macht Spaß mit Tamal, ne? Oh, nice. Ich frag mich, wie er diese Madangmeiter gekriegt hat, Alter. Wie hat er mich gekriegt? Als wär's so ein Hacker, ne? Wie hat er mich gekriegt? Alles klar. Ey, wie? Mann, ich hab kein... Mann, ich will nicht raus. Na gut, wir könnten's schaffen, ne? Wir könnten's schaffen. Wir könnten doch gewinnen, Jungs. Hey, ich hab ein Aim, ne? Ey, Jungs, ey, das ist... Das ist Wahnsinn, oder was? Worum wir... Warum wir... Mann! Ey, mit seinen... Wirf mal die Granate ein bisschen Höhe! Hä? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Was soll das sein? Ich hab keinen Bock mehr. Mann! Mann! Das haben sie alles nur... Die Sucht bestimmt jeden Tag. Jeden Tag, Alter! Mama, hol mal ne Pizza. Ich bin zu fett. Ich kann nicht ausstehen. Kannst mir bitte helfen? Kannst mir bitte die Pizza geben? Geh, nur mit Fleisch, bitte. Und schick fett. Weil ich fett bin. Ich hab keine Ahnung. Ich liebe es. Kaufland, ich liebe es. Kaufland, ich liebe es. Die schwitzen wieder. Sowas von. Das darf noch nicht sein. Schmeiße ich mal nach Zeltwechseln. Keiner geht da rein. Keiner geht da rein. Keiner geht da rein. Ich hätte zwei... Ich hätte eigentlich ne Drohle schon haben können. YOLO. It's me, Mario. Alles klar, alles klar. Ich geh gleich verkaufen. Ich geh jetzt gleich verkaufen, Alter, Jungs. Alter, hätte ich denen jetzt gegeben, ne? Mit seiner scheiß hässlichen Pumpgun, Alter. Seine Pumpgun sieht aus wie deine Mutter. Wo ist er? Hä? Hä, wann wo? Hä? Will ich den verarschen, Alter? Ich glaub, die kommen da rein, Alter. Ja. Hab ich dich geholt? Ja gut, den hab ich... Den hätte ich jetzt nicht gesehen, aber... Hm. Kann man nix machen. Oh, Alter. Sollen sie jetzt hier wieder verkaufen gehen, Junge? Sollen sie wieder verkaufen gehen? Ey, Jungs, wir haben gleich gewonnen. Wir haben gleich gewonnen, Alter. Das ist ja Fransen. Wir sind eingestiegen. Wir sind wirklich eingestiegen. Ja. Alles klar. Alles klar, hm. Ist klar. Wir haben aber gewonnen. Wir haben gewonnen. Mit 8 zu 36, Alter. Bin ich gut? Oder bin ich schlecht? Ja, ich bin schlecht. Na gut, ich bin nicht so schlecht, dass ich schlecht bin, aber... Diese Runde war auf jeden Fall nichts. Da fahren bestimmt fette Leute, die nix drauf haben. Mit ihrer scheiß hässigen Pumpkan, die sie ausfielte, ihrer Mutter, ey. So, mit 200 zu 175, obwohl ich reingejoint bin, ne? Da haben wir... Ähm, 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 ja. Da haben wir fast verloren, ne? Leute, mit 8 zu 36 bist du zwei, der? Wie, wie, wie geht das denn? Noch nie gemacht, Alter. Was ist los? Ich hab 41 gewonnen von 75. Na gut, vielleicht mache ich... Ich, ich mach die noch und dann, äh, mach ich ein Video, wie ich die öffne, okay? Ist das nicht in dir? Dafür lässt mir... Keine Ahnung. Höchstens 10 Likes da, Alter. Dann, dann mach ich das. Dann mach ich das für euch extra, weißt? Dann mach ich extra für euch sowas, okay? Und das mach ich für euch, äh, für euch, weil ich, äh, weil ich heute so gut bin. Weil ich gut drauf bin, weißt? Mach ich extra für euch. Und dieses rote Valentinstakt Tarnung, ne? Die will ich haben. Die will ich haben. Wie da unten steht, die anemendete rote Valentinstakt Tarnung. Ist für begrenzte Zeit und seltene Vorratslieferung erhältlich. Also, Leute, wenn ich die heute sieh, ne? Äh, äh, rassi ich meine Eier, ey, wirklich. 47. Ey, lass mich da durch, Jungs, Alter. Was ist hier wieder los, Alter? Ah? Alter, geh verkaufen, geh verkaufen. Boah, was? Hä? Wie? Spawnwechsel oder was? Hä? Mann, wo sind die denn? Wo sind die denn, Alter? Gut, Assist-Punkt, Alter. Wenigst Assist-Punkt, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Da oben sind eine. Hä? Mann! Ich rasiere jetzt gleich alle meine anderen. Cool, mal. Oben ist eine. Den hab ich schon mal. Ja, muss man mal durch, bitte durch. Ich muss mal hier. Ich klotter meinen Kill einfach heißkalt. Hä, warum, warum hab ich mich jetzt voll doll veraimt, Alter? Was ist hier los? Hey, Mann! Wisst ihr, was, wisst ihr, wo ihr langgehen müsst? Den hab ich auch. Oh, hätte ich die zwei geholt, Alter. Hätte ich die zwei geholt, ey. Wirklich. Nice. Nice. Nach oben, Jungs, schnell, nach nach oben, Alter. Ich weiß nicht, was da läuft. Blutrittig. Komm. Komm, 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 komm. Ja, wenigstens ein Kill. Olle. Olle, was ist hier los? Jungs, ich will meine Feuchte haben, ne? Ha, deine Mutter hat wieder ins Knie gefickt. Ich fahr' Auto, Jungs, ich fahr' Auto. Ja, wenigstens ein Kill, Alter, Jungs. Wenigstens ein Kill. Ich muss sagen, das ist wieder meine erste Runde aller Zeiten, Alter. Dass ich wieder hier wieder schwitze. Ja, gut, schwitzen ist nett, wie man das auch nicht, Alter. Aber, Jungs. Was will man machen? Ja, ja, toll, toll, Alter, Kohl, Alter, Kohl. Hä? Hä? Alter, wo sind die Spawns? Wo sind die Spawns, Alter? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hab da eine Granate hin, Alter. Hier. Ey, was habt ihr wieder... Was, was, was wollt ihr wieder hier, hä? Ist drin, oder? Hab' ich mal. Was, was habt ihr wieder hier, hä? Hä? Nein! Ah, die ist doch schon aus, Mann, oder? Ja. Oh, warte, ey, geh verkaufen. Geh verkaufen. Alter, geh verkaufen, Alter. Oh, ja, komm, 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 komm. Oh, geil. Ich krieg dir wieder den Genuss, Alter. Ich krieg wieder den Genuss. Leute. Nee, hab ich nicht mehr Ahnung, was es hier abgeht. Ja, toll, ich hätte keine Chance gehabt, Alter. 24 zu 8, Alter, läuft, Alter. Ich hätte fast... Alter, hätte ich jetzt die Nuke gerissen, ne? Alter, dann hätte ich meine richtige Haare rasiert, Alter. Ey, komm, mach hin, Alter. Ich will jetzt hier ein Mutterschiff haben oder so, aber... Ja, mhm, cool, mhm. Ich muss eine Vorräte holen, ich muss meine Vorräte holen. Ha? Nein! Ich hab mein Vorräte geklaut. Dieser hinsige Honsensack, keine Ahnung, was. Keine Ahnung, was. Und keine Ahnung, was. Oh, ich... Ey, das sind so ne... Die KN, ne? Das ist ja so gesagt die AN94, Alter. Der hier richtig rasiert, Alter. Die rasiert richtig jeden. Oh, was ist hier los? YOLO, obwohl... Ja, cool. Na gut, äh, von uns heute zu elf, äh, äh, müsste ich jetzt eigentlich die Kisten kriegen. Ne, müsste ich jetzt eigentlich die zwei, äh, Kisten kriegen, die blauen. Aber, Jungs, was ist das, das ist aber noch hammer oder nicht? Und... Dafür lassen wir jetzt zehn Likes, da das in den Neufel kommt. Ja? Also für höchstens zehn Likes, leider bin ich zufrieden. Dann seid ihr die geilste Community erstmal. Wieso erstmal? Ist erstmal so. Äh, ist so, ne? Ähm... Jo, alle geil. Raps. Geile. Geile. Wenn ich jetzt die neuen Kisten ziehe, alle rastig aus. Sehr gut. Oh, ja. Aber. Das laufen über die Kisten. Und das waren er auch noch gerne. Und das hast du... Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. So Leute, einen noch, bitte, 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 yes, wir haben die Kisten. Leute, macht euch gefasst, ja, guck mal, was ich so rauskriege, ne, äh, lol, das hab ich noch nicht mal in Nahkampf, is ja, lol, was ist das hier episch, Spekte, ja, hab ich noch nicht freigestaltet, äh, alle, das, ja, läuft schon bei mir, ne, läuft, komm, noch eine öffnet, guck mal, was wir rauskriegen, äh, das sieht auch nice aus, ne, das Schicksal, auch Februar, warte mal kurz, ähm, ja, Leute, warte mal, schwarz mal, gucken wir's mal, ob ich da bei einem tauschen, ja, hab ich keinen, nicht mehr, na gut, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen, da ist es, was wir sehen, warte auf jeden Fall, wie gesagt, Support ist kein Mord, und, ne, ihr habt das letzte Wort. Und, ne, ihr habt das letzte Wort.